Weiter machen wir mit dem Dahlia Bambimo. Der Bambimo ist als klassischer Kinderwagen konzipiert und wird als Set mit Babyschale und flexibler Babywanne geliefert. Dadurch kann der Kinderwagen an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Dank der Aluminiumbauweise ist der Wagen einer der leichtesten in diesem Segment. Der Griff kann in zwölf verschiedenen Positionen fixiert werden. Die Liegewanne lässt sich im Handumdrehen in einen Sportbuggy umbauen. Die Maße der Babywanne bzw. des Sportsitzes sind 20 cm hoch, 49 cm breit und 84 cm lang. Zudem ist das Modell aus dem unteren Preissegment mit Stoßdämpfern am Gestell und den Vorderrädern ausgerüstet, die Bordkanten, kleinere Schlaglöcher und bei Ausflügen ins Gelände auch Wurzeln und Unebenheiten auf Feldwegen abfedert. Mit einem Einklicksystem lässt sich der Bambimo auf eine praktische Kofferraumgröße falten. Wird es im Auto mal richtig eng, können auch die vier Räder ohne Werkzeug abgenommen werden. In der Babyschale sitzen Babys und Kleinkinder bis zu einem Alter von 18 Monaten sicher. Sicherheitsgeprüft ist sie bis zu einem Gewicht von 13 Kilogramm. Die Schale ist mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurtsystem ausgerüstet. Der Tragegriff kann verstellt werden. Den abnehmbaren Sonnenschutz liefert Dalier mit.